Ah, hier ist auch noch Magenta. Das brauchen wir. Tja, was für eine Farbe. Wir können ja mal... Magenta habe ich, glaube ich, noch nicht. Grau? Grau können wir auch mal machen. Ja. Gelb passt dann nicht so dazu. Rosa. Nehmen wir noch mal rosa. Diese gemeißelt Steinziegel sind die Ressourcenfresser schlechthin. Oh ja. Das ist so ätzend. So. Auf, auf zum nächsten Gewölbe. Streamt ihr beiden morgen? Ne, also Carsten streamt morgen definitiv nicht. Er streamt am Montag wieder. Ja, und ob ich streame, weiß ich noch nicht. Soll ich morgen streamen? Soll ich das morgen machen? Mal. Hä? Auf oder nicht? Doch mal. Ach, jetzt habe ich immer noch nicht die Gitter mitgenommen. Och, Mann. Ich bin heute auch wieder ein bisschen verplant. Okay, gut. Alles gut. Nur noch elf Gitter. Oh, oh. Das geht doch nicht. Welche bauen? Ja. Dafür brauche ich Eisen. Eisen. Oh. Da habe ich schon bald so viel gemacht. Ne, zu viel kann man nie haben. Ne, bei diesem Projekt nicht. Ne. Ach so, brauchst du die Select Touch? Nö. Okay. Weil ich habe die noch bei mir im Inventar. Ne. 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 Brauche ich nicht. Gut. Dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. Ah no. Muss halt sowas nicht abbauen, sowas Sensibles. Ah, das ist natürlich auch gut, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich statt anders bauen soll. Außer so komisch. Und das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Ja. Mano. Dann Zaun hingesetzt. Kommt. Was hast du? Ein Zaun hingesetzt, wo gar keiner hinkommt. So. Jetzt. Tja. Oh nö. Muss man das so lassen, weil ich weiß nicht, wen anders machen. Von hier unten geht's. So. Das eine Fenster muss hochgebockt werden. Und das machen wir jetzt mal weg. Okay. Okay. Mein Gott, wo überall wieder die Sachen hier hinfallen, ne? Gott sei Dank nach unten. Boah, noch gekriegt. Ui, ui, ui. Tja, wie mache ich das jetzt hier? Ja. Wie soll ich denn hier ein Dreierfenster hinkriegen? Das ist unmöglich. Wat? Ehrlich? Ja. Das hat nur ne einer Breite. Ich kann aus ne einer Breite keine drei machen. Warte mal, ich muss mal rüberkommen. Eins. Das wäre zwei. Aber drei. Aber das haben wir doch hier auch gesagt. Wie, warte mal. Bösenst so. Aber anders? Definitiv nicht. So. So. Warte mal. Warte mal. Ich komme hier sonst nicht weg. So, guck. Hä? Ja. Genau. Also. Diese Säule hier. Dann hast du aber zwei Fenster, die jedes Mal die Säule komplett verdecken. Ja. Ja. Will ich eigentlich überhaupt nicht. Anders können wir auch die Säulen weglassen. Nein. Nein. Nee, 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 nee. Bau das erstmal so und lass uns dann mal gucken. Das Glas. Und wenn du innen im Dom stehst, hat das Glas trotzdem noch eine Wirkung. Und wir brauchen nach außen diese Säulen als Mauern. Das geht nicht anders. Wir können die Abstände nicht verändern. Das haben wir jetzt schon, das haben wir, ich glaube, wir haben das dreimal umgebaut. Und die Säulen, wie sie jetzt stehen. Ja, das ist richtig. Aber das Glas, wie das dann jetzt reinkommt, das gefällt mir nicht. Ja. Das gefällt uns alles nicht. Das ist so. Aber das kannst du nicht ändern. Das hängt damit zusammen, dass wir in Minecraft nicht schön rund bauen können. Das wird immer genauso, wie du es jetzt baust, wird das Fenster. Und dann sieht man, wir können natürlich die Zäune weglassen. Ja, dann haben wir, nee, das ist ja die Säule. Ja, und das sieht ganz scheiße aus, richtig. Dann bauen wir lieber das Glas vor die Zäune. Das sieht man von innen ja trotzdem noch als Fenster. Weißes ist drauf, aber es ist nicht zu ändern. Hätten wir uns was anderes aussuchen müssen, was wir bauen, weißt du? Was viereckiert. Bauen wir das nächste Mal einen viereckigen Dom. Bei euch einen schönen Abend noch, das ist mir zu nervenauftreibend hier. Ja, tut mir leid. Das ist natürlich jetzt, es gibt halt hier echt Passagen, wo wir uns konzentrieren müssen. Und da wird das dann ein bisschen ruhiger, was die ganzen Gespräche angeht. Aber das bleibt dann halt einfach nicht aus, ne? Das ist dann leider so. Aber trotzdem, schön, dass du da warst, euer Gnaden. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Jetzt kommt da, Lilla. Und das. Oh, ich komme durcheinander. So. So, jetzt habe ich hier das wieder, das und das. So habe ich angefangen. Und dann kommt jetzt das hier drauf. So, mein Gott, ist das alles verwirrend. Wem sagst du das? Muss ich nochmal wieder runter? Weil ich vergessen habe, was ich jetzt nicht bei einer Färf nehmen muss. Okay, jetzt kommt das hier. Und du musst leider Gottes weg. So, dann kommt hier... ...das drauf. Nee, das ist nicht wahr. Hier kommt das. Das ist ja gar nicht schön. Nee, nicht ganz. Und jetzt ist es ja lila. Und jetzt ist es ja lila. Zack, vor die Säule gerannt. Da ist grau. Hä? Bin einmal vor die Säule gerannt. Ja, warum machst denn du sowas? Wenn man nicht hinguckt, ne? Tut das denn not? Das tut nicht not, nee. Ja, komm. Ja, komm. Platten drauf. Ähm. Wenn ich da bin, dann sag ich noch eins, zwei. Oder? Ja. Genau. Das war es. Ja, es war sicher. Ja. Okay. Jäuleg. Ja. 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 Hm, bin ich jetzt schon eins zu hoch, oder nicht? Das darf doch alles nicht wahr sein. Es aber... Da kommt... Ja, ich glaube... Flutscher zur anderen Seite. Ich glaube, so ist das die richtige Höhe. So, was haben wir hier? Ah, ja, mhm. Mhm. Was hatte ich da genommen? Normales Glas. Normales Glas. Ah. Das ist blöd. Ja, das könnte das sein. Aber weißes Glas habe ich jetzt nicht mit. Das wäre dann eine Fläche. Ja, machen wir dazu. Dann ist da. Da. Dann hier. Und da ist weiß. Florentzot kann man auch donaten. Ja, ihr könnt auch donaten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und willkommen in unserer Familie. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Vielen Dank. Den Anfang macht. Das ist grau. Ich brauche weißes Glas. Krass. Ja. Oh, ich muss mich mal eben... Anders hinsetzen. Jo, Dele. Ist noch an den Gewölben dran? Ich versuche das nachzubauen, was ich da drüben habe. Jo. Deswegen bin ich auch sehr stumm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade mal Glas geholt. Mit mir fehlte nämlich weißes Glas. So. Schon wieder weg. Kleine Erdplattform bauen. Aber jetzt glaube ich zu hoch. Noch mal. Nein. Nein. Ach, warum drücke ich M? Okay. Zack. Zack. Dann ersetzen wir das schon mal. Ich habe keine Schaufel mehr. Und ich habe keine Workbench mit. Ja, Steffi, du hast alles richtig gemacht. Da steht doch eine Rum auf der Erdplattform. Ich bin aber nicht da.